Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Unworld heute bin ich mal alleine und das sind wir hier ist mein Grabstein ich wurde zum Glück gerettet weil ich ja noch tot war sie ist auch wieder wiederbeleben drücken und das nicht ein die sind die Portale noch da hier ist ein Dorf ist es genau diese glaube ich hier ein bisschen wo muss es muss aus Rüstung wieder die der Ramon hier und sie schön reinkt. Ist die laut? Na, komm. So. Na, es liegt noch. Auf. Gut, jetzt. Okay. Hier mit Gold. Jetzt haben wir noch nicht. Mit drei Wolle. Ja. Und. Dreimal das. Heisenspitzhacke. Hm. Ähm. Am I überhaupt? Oh, genau. Recept mode. Ähm. Ähm. Big Sword. Ah, ja. Hm. Ähm. Hier ist eins. Wie mache ich das? Ah, ja. Und dann hier voll. Machen wir uns erstmal ein Big Sword. Da, da, da. Da, da. Und da. war überall eins. Okay. Okay. Können wir blocken. Okay. Hier war Eisen drinne. Ähm. Machen wir hier jetzt Gold rein. Hier ist das Glas drin gewesen. Und aus dem Glas machen wir uns jetzt Glasscheiben. Oh. So. Mal die Geräusche ein bisschen runterdrehen. was haben wir noch so schön ist hier drinne. Erde, Treibsand, Lapus. Da brauchen wir alles im Moment nicht. Ähm. Bett. Wollten wir uns machen. Ach, das ist noch... Erstmal so. Und ein Bett. Komm da hin. Dann machen wir bei uns hier die Tür zu. Und schlafen erstmal eine Runde. Okay. Essen, essen, essen. Kein Essen. Oh, was ist denn hier passiert? Ich glaube, da hat sich jemand drunter gebaut. Oh. Na, ich komme jetzt wieder hoch hier. Haben wir eine Hacker? Nein. Zwei und einen Stick. Nein. Wir brauchen zwei Sticks. Und hier ein Stick hin. Und da. Und so. so. So, und jetzt setzen wir natürlich auch wieder... Und wieder sehen. hier so liegt nix drinnen sie noch was drinnen das wird jetzt auch noch und dann haben wir erst mal genug wird ich sagen noch mal noch Samen übrig das ist mir in die Kiste rein machen und wir machen uns das reicht eine neue Kiste und ganz viel Brot jetzt das wo es ist und jetzt noch mal ist rein es war jetzt es ist was Kürtisch ist mit Eisen anfangen n 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 und eine Axt und die restlichen Eis machen Eis und Gold mal rein es futter was ist das für ein Punkt unten? Wo war er? Hä? da sind wir ah hier unten ist der Punkt wo ist der denn der Punkt? hier ist er ein Turm ah ja my home so machen wir hier zu und genau zu fahren ich sollte vielleicht Holz mitnehmen so wo weit gemacht laufe ich erstmal ein bisschen in die Richtung hier ja Treibsand da spielten schon wieder Erde freigelegt ein k 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 ok zum kürzmann abstein und die nach hause Oh, hier läuft's aus. Hm, warum wohl nur? Ähm, ja. Ach, komm, mach mir hier rein. Hälfte. Hälfte Kohle da rein. Andere Kohle da rein. Ein Ei. Ähm. Ja, unser Friedhof, wo man den hin? Kann man machen, den hier hin? Ähm. Und jetzt laufen wir erstmal ein bisschen. Oh. 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 ein bisschen essen oh oh und aus dem Turm jemand in die Nähe von ihm aber ich möchte nicht schon wieder sterben das was ich will nicht an die Erde und diese waren diese Ranken die die halten einen auch nur auf müssen doch bis zum Ziel mitnehmen jetzt doch nicht genau er ist jetzt nicht so gut jetzt noch kohle es leckt schon wieder auch Mann ja klar geht das drauf wahrscheinlich und bin ich hier bin ich noch und jetzt zum Haus die Richter und das ist auch es liegt schon wieder da ist es für Zombies ich höre zum hier ist es mir noch alles erst mal ebenerdig machen m was soll ich mal das 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 auch weg und hier das dabei und daraus machen wir uns was machen wir ein Schuh oder Helm was ist besser ich mache mir einen Helm und daraus mache ich mir eine Brust okay das ziehe ich jetzt an und in jetzt gehen wir unter die Erde was zum Beispiel kommen sollte bin ich gewappnet. Ich hätte mir vielleicht Fackeln machen sollen erstmal. Das wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Na komm. Ich hab nix. Also hier und das mal ein bisschen. Woodplanks und hier und 12 Sticks und Fackeln. Nein, das kommt mit. Zombies kommt, die wir kämpfen. Wie man sieht, es hat sich doch viel getan in der Zeit, wo ich nicht da war. Oh, Krüper, Krüper, Krüper. er richten wieder und überprüft überprüft Greut. Greut. Komm, 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 komm. Oh, Greut, 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 Greut. Okay, Katzelsklekter. das ist richtig dass du mal wieder ein bisschen her wie das schön aussieht in der Nähe auch das ist und 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 das tut es gut Hexer Külsens Oh, okay. ja nach oben die Hilfe der Kieler 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 diese Krüter gut gut die Stimme schon gestern das ist aber ja nur durch den Weg wo Hilfe meine Hilfe 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 9 ein Treibsprecher 13 13 13 Prozent K K Nein K K K K K auch auch verdammt dann ist zu sehen Leute wir stecken es im Treibstand fest muss ich gucken wie ich die nächste Folge rauskommen dann ist es die sich trotzdem gefallen hat lassen daumen nach oben vielleicht auch und schluss